Berge, die Feuer spucken, glühend heiße Lava. Heute zeigen wir euch richtig spannende Bilder. Äh, Wusel, ne? Cool, oder? Ich hab mich extra für unser Thema heute verkleidet. Aber unser Thema ist nicht Karneval, sondern Vulkane. Ja eben, Vulkane ja, so wie Mr. Spock vom Raumschiff Enterprise. Guck mal hier. Hier. Was denn? Nicht vulkaniär, sondern vulkanee. Äh, oh, na toll. Und wofür hab ich jetzt den ganzen Tag den Vulkanier-Gruß geübt? Äh, nee. Ich hab's gleich. Moment. Wusel, das geht so. Lebelang und in Frieden. Dafür brauchst du leider fünf Finger. Ach, das ist ja gemein. Da hab ich ja als Wusel überhaupt keine Chance. Aber kennst du den vulkanischen Nervengriff? Nein, aber du wirst ihn mir bestimmt gleich... Toll, oder? Mit nur zwei Fingern. Ey, Bengi, was ist denn? Ich hab doch nur so gemacht. Wuh, Wusel, Wusel! Hallo bei Wusel, Wusel. Heute geht es um Vulkane. Das Wort geht auf Vulkanus zurück, den römischen Gott des Feuers. Auf der Erde gibt es ungefähr 1500 Vulkane. Sag mal, Wusel, ist ein bisschen heiß hier im Studio heute, oder? Du hast doch nicht etwa hier einen Vulkan gebaut? Was? Natürlich nicht. Das wäre doch viel zu gefährlich. Dann ist ja gut. Moment mal. Nur weil irgendwas gefährlich ist, heißt es ja noch lange nicht, dass du die Finger davon lässt. Ja, doch, doch. Ich hab so einen Brief bekommen. Von der Studioleitung. Zeig mal. Sehr geehrter Herr Wusel, hiermit untersagen wir Ihnen den Bau eines Vulkans im Studio. Mit freundlichen Grüßen die Studioleitung. PS. Kein Vulkan im Studio. Nein, nicht mal ein kleiner. Überhaupt kein Vulkan. Ja. Aber wie sollen wir denn jetzt zeigen, wie ein Vulkan funktioniert? Ähm, hast du Durst? Oh ja, danke. Oh, Wusel! Wusel! Das war doch mit Absicht. Ja, ganz genau. Ich hab die Flasche geschüttelt. Dadurch hat sich in der Flasche Druck aufgebaut. Und nachdem du den Deckel geöffnet hast, hat der Druck die Cola wie bei einem echten Ausbruch herausgeschleudert. Und genau so spuckt ein Vulkan beim Ausbruch die Lava aus. So ein Vulkanausbruch sieht ziemlich beeindruckend aus. Asche schießt hoch in den Himmel, glühend heiße Lava bahnt sich ihren Weg. Aber woher kommt diese Lava? Und warum gibt es eigentlich Vulkane? Die Erde ist gar nicht so hart, wie ihr vielleicht denkt. Außen eine dünne Kruste, innen flüssig und ziemlich heiß. Sie ist aus mehreren Schichten aufgebaut. Der Erdkern besteht vermutlich zum Teil aus flüssigem, etwa 6000 Grad heißem Metall. Zwischen Erdkern und Erdkruste liegt der Erdmantel. Der ist zwar nur etwa 800 bis 2800 Grad heiß, das reicht aber immer noch, um Gestein zum Schmelzen zu bringen. Die Erdkruste besteht aus riesigen Platten. An den Rändern ist die Kruste besonders dünn. Und hier gibt es die meisten Vulkane. Besonders gut sieht man die Ränder der Platten im Pazifik. Die Vulkane ziehen sich hier wie ein Feuerring entlang. Das flüssige Gestein sucht sich seinen Weg nach außen, man nennt es Magma. Tritt Magma aus der Erde aus, heißt sie Lava. Meistens fließt die Lava an den Seiten des Vulkans herunter und wird dort zu festem Gestein. Manchmal bildet sich ein Lava-Fropf, der wie ein Korken auf dem Vulkan sitzt. Weil von unten aber immer mehr Magma nachdrückt, kann der Korken platzen. Und zwar mit einer gewaltigen Explosion, die große Zerstörungen in der Umgebung anrichten kann. Die Gegend um den Vulkan ist dann von einer dicken Schicht aus Asche bedeckt. Und weil es jede Menge aktive Vulkane gibt, machen wir jetzt eine Notfallübung. Wegen des vielen Rauchs und Ascheregens ist nach dem Ausbruch die Sicht sehr schlecht. Deswegen üben wir jetzt Schutzkleidung bei schlechter Sicht suchen und anziehen. Und los! Oh! Ein bisschen Vorwarnung wäre nett gewesen. Ach, Beni, es gibt keine Vorwarnung vor Vulkanhausbrücken. Oh, ich habe die Schutzkleidung gefunden! Hä? Ja, hier, anziehen! Oh! So! Warum habe ich das gewusst? Hä? Hast du mal auf die Verpackung geguckt? Ja klar! Da steht Schutzkleidung! Ach, Wurzel! Da steht Scherzkleidung! Oh! Scherzkleidung! Na, seid doch froh! Wenn beim nächsten Karneval ein Vulkan ausbricht, dann bist du der Einzige, der sich schon damit auskennt! Immer wieder haben gewaltige Vulkanausbrüche die Menschheit in Aufregung versetzt. Einer der größten war 1883 der Ausbruch des Krakatau im Indischen Ozean. Die Explosion war so stark, dass dabei eine ganze Insel in die Luft flog. Die feine Asche verteilte sich rund um den Globus, so gab es nach Europa und Amerika. Weltweit gibt es über 1500 aktive Vulkane. Und auch heute halten Ausbrüche die Menschen in Atem. Ein isländischer Vulkan schleuderte 2010 viele hundert Millionen Tonnen Asche und Gestein in die Luft. Die gewaltige Wolke aus dem Eier, Eier, ne, aus diesem Vulkan halt, verteilte sich bis nach Europa und legte dort den kompletten Flugverkehr lahm. Die feinen Ascheteilchen hätten die Triebwerke beschädigen können. In Nord- und Mitteleuropa mussten Flieger tagelang am Boden bleiben. Auch in Deutschland gab es mal aktive Vulkane. Aber die sind schon seit vielen tausend Jahren erloschen und wurden zu runden Seen. Mit einem neuen Ausbruch rechnen Wissenschaftler erst in frühestens 500.000 Jahren. An manchen Orten wird die Vulkanwärme ganz praktisch genutzt. In Island zum Beispiel werden damit Schwimmbäder beheizt. So sieht das dann aus. Sag mal, Wusel, wird dir auch so heiß an den Füßen? Ja, ganz schön unangenehm, ich war. Vielleicht sollten wir mal fragen, was da los ist. Ja, frag mich. Wusel, was ist hier los? Ich habe nur die Fußbodenheizung ein bisschen höher gedreht. Auf 400 Grad. 400? Warum denn? Ja, weil die Lava, die nach einem Vulkanausbruch austritt und den Hang hinunterläuft, die ist ja auch so heiß. Ich wollte mal wissen, wie sich das so anfühlt. Toll. Und jetzt? Meine Sohlen schlagen gleich Blasen. Ach, kein Problem. Ich habe uns doch Hitzeschutzschuhe besorgt. Sag das doch gleich. Ja, wollte ich ja, aber du machst einen ja ganz nervös mit deinem Gehopse. Wusel, das sind nur zwei. Ja, wir sind doch auch nur zwei. Ach, aber wir haben vier Füße. Ach so, im Rechnen hatte ich immer eine drei. Und jetzt? Ach, wir teilen brüderlich. Jeder steht auf einem Bein. Okay, na gut. Sag mal, Wusel, können wir nicht am Fußbodenheizung wieder runterdrehen? Ach, das erledigt sich gleich von selbst. Was passiert denn jetzt? Geht die Sprengteanlage an. Zum Glück haben wir einen Schirm. Aber wir sind zu zweit. Oh, habe ich schon erzählt, im Rechnen, da hatte ich immer... Hast du! Mit Vulkanen verbinden wir meistens hohe Berge an Land. Dabei gibt es sie auch unter Wasser. Tatsächlich gibt es in den Ozeanen sogar viel mehr Vulkane. Wenn unter Wasser immer wieder Lava austritt, wird der Vulkan mit jedem Ausbruch höher. Bis er schließlich über die Wasseroberfläche wächst. Und wo vorher nur Wasser war, gibt es nun eine Insel. Auf diese Weise ist zum Beispiel Hawaii entstanden. Und auch Island. Auch die Kanarischen Inseln sind vulkanisch. Vulkanausbrüche haben für uns Menschen aber auch ihr Gutes. Aus Asche und Lava entsteht ein sehr fruchtbarer Boden, auf dem Pflanzen sehr gut wachsen. So gibt es fast immer eine reiche Ernte. Auf Island sorgen Vulkane dafür, dass kochendes Wasser aus dem Boden schießt. Diese natürlichen Springbrunnen heißen Geysire. Wusel, hattest du nicht versprochen, keinen Vulkan im Studio zu bauen? Ich habe versprochen, keinen gefährlichen Vulkan im Studio zu bauen. Und was soll das? Na, da ist mein Spezialwerkzeug drin, falls der Vulkan ausbricht. Hier, guck mal da. Ich wusste es. Ich wusste es doch. Und jetzt? Jetzt warten wir. Die Lava. Da kommt die Lava. Riecht aber lecker. Jetzt weiß ich es. Schokolade. Lecker, Wusel. Das war echt eine tolle Idee. Siehst du, man kann auch Spaß haben, wenn mal nichts explodiert. Da hätte ich das Dynamit ja gar nicht reintun müssen. Welches Dynamit? Oh, seht ihr? Das ist der Unterschied zwischen einem Vulkan und Beni. Bei Beni sieht man immer vorher, wenn er ausbricht. Äh, äh, tschüss. Wusel! Na, hat euch das Video gefallen? Dann sage ich jetzt 3001 Mal Danke. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Und hier gibt es übrigens noch andere coole Videos mit mir zu sehen. Und jede Woche neue, hier auf meinem YouTube-Kanal. Danke, danke, jetzt habe ich mich erzählt.